Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Vaporum. Ja, ja, ein nicht ganz so langer Titel wie bei Legend of Grimor, Klamour of Lies zum Beispiel. Ja, wir stehen immer noch an dieser Todesfalle hier und... Ja, ich habe einfach gespickt, wie das zu gehen scheint. Und hier ist nämlich einfach ein Knopf, der die Falltüren... Autsch. Ist ja super geil, oder? Hier ist ein Knopf an dieser Tür, der dafür sorgt, dass die Falltüren nicht gleich aufgehen. Okay. Ist das wirklich sein Büro? Munition, das ist normal nicht schlecht. Ein Geheimzimmer. Okay, hier ist niemand. Noch nicht. Aha. Toll, was bringt mir das, äh, für kleine Zellchen jetzt hier? Hm, nicht viel. Ah. Sophie. This is my first recording on a Fono Diary, and it's just about the best occasion, too. I'm a father. I've never felt this happy before. My beloved Laura has given birth to Sophie, our little daughter. I feel a massive shift inside me, like my life will now gain a whole new dimension. This new responsibility is equal to the weight of all the Fumatons and the whole of Arx Vaporum. And yet, bringing up a child still feels like a much more difficult task. Das ist die Stimme. Das ist die Stimme. The Arx Vaporum. The Citadel of Steam. And it's slowly coming back to me. I lived here. I worked here. My God had a family here. My wife Laura. And my daughter. Sophie. I have to find them. Okay, wir wissen jetzt schon mal endlich, wer wir sind. Wir sind nämlich Markus Weig. Wie ich schon vermutet habe. Weil von ihm war nicht wirklich was bis jetzt zu hören. Die ganze Zeit über. Okay, das ist jetzt das Physics Handbuch. Und ich glaube, Physics war hier drüben. Ja. Das heißt, ich muss jetzt nochmal den ganzen Weg außen rum latschen. Hier ist niemand, der mir gerade was Böses möchte. Gut. Gut. Ich wusste immer, dass diese Librarien eine secretive Böse waren. Okay, und scheinbar haben wir jetzt dadurch einen Weg aufgemacht. Ja, als ob ich auf die Druckplatte hier reinfallen würde gleich. Zu Beginn. Also ja, das ist einfach... Jetzt habe ich einfach wirklich an jedem Ding einen Durchgang aufgemacht. Gut. Nur hier ist noch nichts offen. Okay, ich kann das nicht mit einem Brick auslösen. Oh. Ja genau. Friss meinen Block. Oh. Wie schießt du denn? Ist ja nicht ganz so toll. Ja. Dir kann ich etwas Leben entziehen. Hi. Die entziehe ich auch etwas Leben. Ähm. Sind jetzt... Waren hier Turrets? Ich gucke einfach mal kurz. Nein, es sind einfach bloß Gegner. Die aus ihren Löchern kriechen. Genau. Ich blocke und du machst dir selber Schaden. Au. 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 Na komm, hierher geflogen. Dann mache ich dich kaputt. Ich könnte echt mehr Zielgenauigkeit für... ...meine Knarren brauchen. So. Das ist immer noch zu übrigens. Whatever. Aha. Das war jetzt also One Way. Okay. Ich wollte gerade sagen, da sehe ich keine Stacheln, aber... ...da sind garantiert welche. Ja. Gut. Secrets habe ich ja hier alle gefunden bereits. Also auf dieser Ebene. Macht es ein bisschen einfacher, die Secrets zu finden, aber allgemein sind die Secrets ja auch hier leicht zu finden. Oh. Ja. Das ist jetzt nicht so schön. Oh. Oh. Wah. So. Lösen wir den mal aus. Oh. 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 Wir sind jetzt jetzt nicht in der Falle. Oder auch nicht, weil der zurückspringt. Wie nett. Gut, komm her. Ich ziehe dir etwas Leben ab. So. Oh. Level ab. Sehr schön. So. Das heißt, ich... Headgun Precision wäre schon mal nicht schlecht. Bleach Chaucer für Nahkampfwaffen wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich mache erst mal meine Integrity hoch und verringere meinen Damage ein bisschen. Obwohl, das kann ich auch beim nächsten Mal machen. Jetzt erst mal den Headgun Damage, dass ich mehr Präzision habe. Das finde ich nämlich, ehrlich gesagt, gerade praktischer. So. Habt ihr da hinten noch irgendwas versteckt? Nein, habt ihr nicht. Gut. Und ja, der... Das Level Up hat mir jetzt gerade wirklich das Repair Pack benutzen gespart. Hm. Combat Rig Supplies. Taumer Rig Supplies. Und Heavy Rig Supplies. Okay. Jetzt hätte ich vor dir Angst. So. Du hebst nämlich nichts aus. Okay. Da könnten wir weitergehen. Das hier sieht wie ein Aufzug aus. Ja, ist auch ein Aufzug. Okay. Aber in den Aufzug will ich erst mal nicht. Weil hier scheint es... ...noch was für uns zu geben. Äh. Irgendwie habe ich ein mieses Gefühl bei der Sache, wenn ich mir da drüben... ...die Wände so ansehe. Habe ich so das Gefühl, wenn ich hier drauf drücke? Schießt Conduit. Okay. Gut. Hey, das ist der Tanz, den ich auch aus Legend of Grinwark kenne. Okay. Hm. Das ist ja irgendwie der Tanz aus Legend of Grinwark. Nur... ...nicht ganz so nett. Also schwieriger meine ich. Weil es sind fünf, nicht nur drei. Ich hätte aber eine Idee. Du bist meine einzige Kiste, oder? Naja. Wer in meinen Legend of Grinwark Let's Play nicht gesehen hat, es geht darum... ...da gibt es auch drei, drei solch, äh... ...ähm... ...Photon-Kanonen, wie auch andere Let's Player sie gerne nennen. Und mit diesem... ...und diese Photon-Kanonen... ...man muss halt dafür sorgen, dass die... ...Schüsse nicht reingehen, weil sonst ist das langste Ding resettet. So dass es in Legend of Grinwark halt noch so gemein ist, dass mal raus teleportiert wird. So, ich schieb dich mal da hin. Da können nämlich... ...die eine Kondro nicht befeuert werden. Ja, irgendwann kennt man auch das Muster. Jetzt kommt nämlich der Doppelschuss. Genau, und das kann ich nicht abwehren. Okay. Hm. Und leider kann ich auch nicht so schnell zielen. Ah, das war jetzt blöd. Ich hätte dich auch lieber irgendwie gerne vorne, aber da kriege ich dich leider nicht hin. Halt, warte, ich kriege dich da doch irgendwie hin. Äh, aber nicht so. Naja, eine zweite Kiste wäre nicht schlecht. Ich wüsste aber nicht, wo ich eine zweite Kiste hernehmen sollte. Weil hier steht keine rum und da hinten ist der Aufzug. Das heißt, da geht's ins nächste Level hoch schon. So, so kriege ich die Kiste nach vorne. Und stell dich einfach in die Mitte. So, weil das fängst du ab. Ja. So. Das geht auch noch. Das geht auch. Da habe ich jetzt einen nicht kommen gesehen. Er schießt in der Mitte, ja. Das ist klar. Na, dann schießt er, glaube ich, hier ganz außen. Ja. Habe ich schon wieder einen übersehen? Den ja. Den habe ich gesehen. Ach, den ganz außen hier. Jetzt schießt er hier, genau. Jetzt schießt er an den zwei Stellen. Die zwei Stellen. Schießt er hier. Okay, da müsste ich ihn wirklich... meins verschieben. Das war okay. Das auch. Ja. Mist, da war ich zu langsam. Da schießt er. Dann schießt er da. Dann hier. Dann hier. Das kann ich noch abpassen. Jetzt müsste er hier schießen. So, jetzt weiß ich noch nicht. Oh, da geht es schon auf. Gut. Ein Circuit Upgrade. Hm, ein Circuit Point. Das ist praktisch. Und den Fumium Schlüssel. So. Der geht jetzt aber in Amor. Dass wir nächst... Irgendwann bald mal... Das hier steigern können. Und dann... Genau, Blade Rapids. Dass wir die Sachen mal... alle auf Stufe 3 haben. Gut. Ja, ich habe nur... Einen Key. Aber drei Dinger zum Öffnen. Ich glaube, ich gehe sie mal alle durch. Von Heavy Wig angefangen. Und guck mal, was mir das alles bringt. Toughness Fuse, ein Fumium Capacitor und zwei Repair Packs. Okay. Sind hier drin. Also, ja, ich gucke mir wirklich alle Kisten an. Hier drin sind... Also, da waren zwei Toughness Fuses, zwei Repair Packs und ein Fumium Pack. Hier sind zwei Tech Fuses. Eine Energy Cell, ein Repair Kit und ein Fumium Capacitor. Also, ja, wird wahrscheinlich im letzten zweimal Combat drin sein, was ich am ehesten gebrauchen kann. Schätze ich mal. Oh, und Munition. Ja, gut. Die Combat Fuses, die finde ich am besten gerade... Weil Toughness haben wir schon ziemlich viel. Habe ich halt ein Repair Pack weniger, aber was soll's. So, Fumium. Combat. Combat. Meine Damage hier. Ja, ich brauche irgendwann mal ein besseres Schwert. Gut. Damit wäre das erledigt und wir können in die nächste Ebene. War das jetzt eigentlich Ebene 4 oder sogar schon 5, die wir jetzt hinter uns gebracht haben? Ich glaube, das war sogar schon Ebene 5. Auf Cuumen 5. Bei der Frageonymous.